Jo Leute, neue Neuigkeiten in Fortnite und wir fangen direkt mal an und zwar, es werden neue Aufträge reinkommen, also mit dem Lass es alles wissen Set, so heißt das Set und es werden neue Fußball-Fieber-Aufträge rauskommen, wann das Ganze, ich zeige euch, vom 22. November um 16 Uhr bis den 3. Dezember um 21 Uhr, also es fängt am 22. November an und endet am 3. Dezember, so hier ist mal ein Video, ich zeige es mal ganz kurz, das hier ist der Tanz, den wir auch bekommen können, wenn wir alle Aufträge abschließen, so, ganz klein, so, das sind hier die neuen Skins, die reinkommen werden, so sehen die aus, in verschiedene Stile, hier sind meine Männer, Das sind die Belohnungen, die man bekommen kann, wenn man die Fußball-Fieber-Aufträge abgeschlossen hat, denn die Aufträge sind, also der erste Auftrag wird, eliminiere 3 Gegner im Verlauf eines Matches, 3 Mal Und danach kommt, rutsche und tanze innerhalb von 10 Sekunden, nachdem du ein Tor geschossen hast, 1 Mal Und schieße ein Tor in zwei verschiedenen Matches, 2 Mal Triff einen gegnerischen Spieler aus mindestens 75 Metern Entfernung, 1 Mal Und triff Gegner mit einer Schropflinte, einem Sturmgewehr und einer Maschinenpistole, 3 Mal Lege Distanz beim Sprinten zurück 300 Meter und besuche zwei Fußballfelder im Verlauf eines Matches, 2 Mal Und der letzte Auftrag, lande auf einem Fußballfeld und schaffe es im Verlauf eines Matches unter die Top 10, 2 Mal Und ja Leute, wenn ihr die Aufträge komplett abgeschlossen habt, dann bekommt ihr eine Pickaxe und Fußball drauf ist Ein Tanz, wo er so einen Schal hochhält und hier ein Rückgangsbau als so ein Pokal Finde ich richtig nice und man bekommt hier ein Spraymotiv, volle Fahrt aufs Tor, so sieht das Ganze aus Und ja Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen, lasst gerne ein Like da Abonniert gerne meinen Kanal, lasst gerne die Videos mehr verpassen Und dann würde ich einfach sagen, war's schon mit dem Video und ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal Leute, tschüss Tschüss